Digitalisierung lebt durch das Verbindende. Und beim Verbindenden ist es natürlich Voraussetzung, dass mein Computerprogramm und Ihr Computerprogramm miteinander reden können. Welche Vorteile die Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung und die Bürger hat, welche Hürden noch zu überwinden sind und wie die Deutsche Telekom den Digitalisierungsprozess unterstützen kann, diskutieren Telekom Magenta Account Director Guido Hollasch und Prof. Dr. Andreas Mayer-Falke, CIO von Nordrhein-Westfalen. Sprechen wir ruhig mal ein bisschen konkreter über das Thema Online-Zugangsgesetz, digitale Verwaltung, Digitalisierung der Verwaltung sind ja sehr, sehr viele Facetten. Sie haben ja auch in dem einen oder anderen Format dazu schon mal Statements abgegeben, die wir dort auch teilen. Denn die Wahrnehmung der Digitalisierung der Verwaltung in der Bevölkerung scheint noch nicht da zu sein, wo Sie es sich wünschen würden oder wo sich die nordrhein-westfälische Landesregierung wünschen würde. Wenn ich mir überlege, Online-Zugangsgesetz, und jetzt gehe ich mal auf die Ebene der Kommunen, die in ihren Bürgerbüros eines Tages, die Wissenschaft spricht mittlerweile von den No-Stop-Agencies, also gar nicht mehr One-Stop-Agency, ein Gesicht sozusagen für den Bürger, die Bürgerin, sondern gar kein mehr. Vielleicht geht das automatisiert. Und da sind natürlich eine ganze Menge Vorbehalte dahinter. Aber in dem Augenblick, wo ich jetzt selber merke, auch für mich persönlich, in meinen Arbeitstätigkeiten, hat die Digitalisierung erhebliche Vorteile. Werde ich auch ganz anders an die Forderung rangehen, kannst du nicht auch mal bitte die Arbeiten gegenüber dem Bürger, gegenüber den Wirtschaftsunternehmen, die mal auch hinterfragen, ist das wirklich, so wie wir es 1872 gelernt haben, das Optimum? Oder kann man nicht noch was daran ändern? Und zwar im Sinne von Transparenz, Beschleunigung, Partizipation, was auch immer. Und in dem Augenblick, wo ich weiß, mir selber hat das auch nicht geschadet, ich habe einen Vorteil, akzeptiere ich auch viel mehr, das hat auch was für meine Kunden an Vorteil. Die Aufgabe ist jetzt, den Digitalisierungsschub irgendwie nachhaltig werden zu lassen. Und was Sie gerade ansprachen, es hat ja nicht nur die Gesellschaft verändert, sondern eben auch unser Miteinander, unsere Arbeitswelt. Und dort sehen Sie auch in der Verwaltung, auch für das sogenannte New Work, Ansatzmöglichkeiten, die neuen Technologien, das neue Denken einzuführen. Wenn ich wirklich digitale Leistungen von Verwaltung anbieten will, muss ich auch das Mindset bei uns, bei uns Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung ändern. Es ist auch für mich was anderes, ob der Bürger kommt und Vorsprache hält oder eben eine Eingabe macht, die Sprache ist ja schon sehr bezeichnend an der Stelle, oder aber ob ich eine E-Mail kriege und die bei mir digital, wie auch immer automatisiert verarbeitet wird und ich so ein bisschen das Gefühl haben könnte, ich werde nicht mehr gebraucht. Und da muss ich mir die Frage eben tatsächlich ernsthaft auch stellen, wie gehe ich eigentlich selber damit um? Und was heißt das eigentlich? Digitalisierung ist überhaupt keine Bedrohung für mich, aber sie ist eine Chance. Was könnte ich denn stattdessen machen? Wo kann ich mich denn stattdessen in den Dienst des Bürgers wirklich so einbringen, der Bürgerin so einbringen, dass es uns allen was nützt, dass es der Gesellschaft was nützt? Eine ganz andere Fragestellung plötzlich, als den ganzen Tag Routinetätigkeiten abwickeln zu können, die der Computer zugegebenermaßen genauso gut kann. Nicht besser, aber genauso gut und vor allem ihm ist das egal, wie viel er davon am Tag macht. Er macht es einfach. Ist das auch akzeptiert bei den Mitarbeitern? Haben Sie das Gefühl, dass da also keine Skepsis mehr gegenüber neuen Medien in der Breite? Meine Führungskräfte bei Ihnen haben ja schon früh sich über Video unterhalten, weil einfach manchmal die Wege nicht möglich waren, aber so intensiv, wie es im Moment läuft, war es ja noch nie. Also das sehen Sie auch für die Zukunft, dass das ausgebaut wird, wie auch immer. Wir haben jetzt in unserem Gesetz zur Stärkung der Medienbruchfreien Digitalisierung eine Experimentierklausel endlich mal eingefügt und sagen den Kommunen, bitte uns selber, Landesbehörden auch, dann probiert doch mal aus. Ihr kriegt eine Ermächtigung, ihr dürft es ausprobieren, was passiert, wenn wir auf ein Schriftformerfordernis verzichten, was passiert, wenn wir auf die Vorlage eines Originals verzichten, etc. Was passiert dann, wenn nichts passiert im Sinne von ganz schreckliche Dinge? Dann bin ich guter Dinge, dass irgendwann aus der Experimentierklausel tatsächlich auch etwas wird, was Bestand hat und dass irgendwas Schreckliches passiert, glaube ich nicht. Digitalisierung lebt durch das Verbindende. Und beim Verbindenden ist es natürlich Voraussetzung, dass mein Computerprogramm und Ihr Computerprogramm miteinander reden können. Sonst wird das schwierig mit dem Verbindenden. Also worauf will ich hinaus? Ich brauche Standards. Ich brauche Einigungen darauf, wie kriege ich diese Verbindung hin. Gewachsen ist die Verwaltung anders. Gewachsen ist die Verwaltung eben in einzelnen Portionen. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, okay, dann müssen wir diese 11.000 kommunalen einzelnen Portionen und die 16 Bundesländer, die auch nie alle wieder völlig zusammen in einem Standard arbeiten, sondern auch durchaus unterschiedliche Standards in ihrer Arbeit haben und den Bund. Jetzt könnte man das ja alles miteinander interoperabel, sagen die Fachleute, programmieren und zu versuchen, das hinzukriegen. Könnte man, wird wahrscheinlich eine Aufgabe sein, die mehrere Generationen nach sich zieht und wir haben vorhin schon mal über das Geld gesprochen, schlichtweg unfinanzierbar ist. Wenn Sie sich überlegen, eine Frau bekommt ein Kind, wer ist dabei? Sie als Frau ist dabei, die Mutter sozusagen ist dabei. Wer ist noch dabei? Die Hebamme, die Kinderpflegerin. Vielleicht der Vater, vielleicht ein anderer Mann. Wer nicht dabei ist, das Standesamt, was aber die Geburt beurkundet. Jetzt kommt man doch auf die Idee oder könnte auf die Idee kommen und sagen, nach der Geburt gibt die Hebamme oder die Kinderpflegerin die Daten des Kindes, das gerade geboren ist und der Mutter in einen Rechner ein, in den Krankenhausinformationssystemsrechner. Warum? Auch klar, das Krankenhaus möchte hinterher irgendwann eine Rechnung schreiben. Es wird sozusagen nach der Geburt in der nächsten kurzen Zeitspanne von wenigen Minuten wird geschrieben, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsdatum des Kindes, Krankenversicherungsnummer und, und ist alles eineindeutig nachweisbar. Warum gehen diese Daten dann nicht automatisch an alle die, die sowieso informiert würden über eine Geburt? Das ist die Bundesagentur für Arbeit wegen der Familienkasse, das ist das Finanzamt wegen einer anderen Steuerklasse, das ist der Arbeitgeber, weil er möglicherweise ganz andere tarifrechtliche Merkmale hat und, und, und. Eine ganze Reihe an Behörden bekommt diese Information. Heute müssen Sie zum Standesamt, möglicherweise warten, möglicherweise warten, bis die Geburtsurkunden geschrieben werden und dann tatsächlich wieder warten, bis diese Geburtsurkunden auf dem Papierweg bei den Empfängern vorhin gelandet sind. Ginge in einer digital transformierten, also wirklich einer digital neu gedachten Prozessbetrachtung von jetzt auf gleich. Im nächsten Teil des Gesprächs sprechen Guido Hollasch und Prof. Dr. Andreas Mayer-Falke über das Online-Zugangsgesetz. Vielen Dank.